Ich bräuchte halt ein bisschen mehr Leben, so ein bisschen mehr, so ein kleines Dickchen mehr, dann hätte ich nur einen Plan, was ich machen könnte, aber so, keine Ahnung. Ich denke, dass das Schwachsinn ist, weil ich das probiere, wenn ich da hingehe. Also muss ich versuchen, irgendwie wirklich hier hochzukommen. Kommt jetzt gerade keiner mehr von oben? Okay, die drei kommen dann doch. Okay, dann warte ich jetzt, bis die drei wiederkommen, mach dann die drei weg. Wenn die drei weg sind, bin ich wahrscheinlich auch schon wieder tot. Oder ich mach Neustart, weil ich... Ja, gut, ich hab die Nachricht bekommen, ist gut. Ich möchte diese beiden Kisten erst später einsammeln. Ich möchte erst ein bisschen mehr... ein paar mehr Einheiten ausschalten, sag ich jetzt mal. Weil das sonst glaube ich, wenn ich die zu früh einsammle, gerade die Kiste, die mich heilt, sollte ich halt erst einsammeln, wenn ich wirklich so am Limit bin. Und deswegen sollte ich jetzt lieber ganz in Ruhe und vorsichtig spielen, dann klappt das schon. Ist der der Nächste? So... Ich verstehe. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, feindliche Einheiten in Sicht, das ist richtig. Einheiten in Sicht, das ist richtig. Genau mein Typ. Einheiten in Sicht, das ist richtig. Ich verstehe. Gut. Brücke vor. Okay. Gut. Gut. Das sieht doch schon besser aus. Also an sich sieht es schon besser aus, finde ich, die ganze Situation, weil ich hab fast volles Leben. Der gefällt mir. Ich verstehe. Einheit wird angegriffen. Ist der der Nächste? Brücke vor. So. Feindliche Einheiten in Sicht. Positiv. Ich verstehe. Positiv. Zurück. 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 Das geht besser. Also merke auch nicht zu weit nach vorne laufen. Was soll ich machen? Ich gehe irgendwie kaputt. Ich verstehe. Ich erledige das. Einheit wird angegriffen. Okay. Der gefällt mir. Der gefällt mir. Der gefällt mir. So. So. Feindliche Einheiten in Sicht. So. Rücke vor. Langsam. Und vorsichtig. Sag mal. Ich sehe dich ja noch nicht mal. Ich verstehe. Ich verstehe. Einheit wird angegriffen. Ach. Drücke vor. Positiv. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. die da weg oder bleiben, die da für immer stehen. So. Davon ist safe eine Kiste auch, die mich heilt. Ich speichere mal nochmal ab. Weil das kann ja auch echt in die Hose gehen, was ich probiere, ne? Also speichern. Jetzt kriege ich das in die Folge rein. Was jetzt? Hier ist meine Karte. Perfekt! Lassen Sie sich Zeit! Drücke vor! Persönliche Zustellung! Ich gehe rein! So. Das sieht doch schon viel, viel besser aus. Ja, ne, das wäre ja langweilig, wenn man liest, was drin ist. Ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man die anklicken kann und gucken, was drin ist. Muss ich gestehen. Kann alles. Warte mal was ist. Oh. Katsache. Gut. Bin allzeit bereit. Ich verstehe. Danke für die Informatik. Oh, wusste ich nicht. Hab ich irgendwie verdrängt. Rücke vor! Ja, irgendwie schaffe ich das schon. Einheit. Kinder. Okay. Der gefällt mir. Perfekt! Wie kommst du nicht dran? Bist du echt so... Ah. Ich weiß nicht, wo sie jetzt rausgeht, deswegen speichere ich ab. Weil... Kann ja alles passieren, ne? Aber der Versuch sieht... Ich warte. Auf jeden Fall nicht verkehrt aus. So. Freut mich, sie kennenzulernen. Wir müssen not aus dem Land jagen. Ich bin schon angegriffen. In das Spiel? Ist er der nächste? Ja, mach mal bumm, bitte. Yay, befördert. Das konnte ich gebrauchen. Die Beförderung. So. So. Was soll ich machen? Die GDI kontrolliert über das Büro der Hafenbehörde diesen Hafen. Alles klar. Zerstören Sie dieses Gebäude, um das zu ändern. Ja gut, jetzt hab ich ja meine Leute. Wir können die Scharf schützen mit unseren Sensoren orten. Geheimdienstdaten aktualisiert. Gut. Ja gut, okay. Wie ist der Plan? Neues Bonus-Ziel. Suchen Sie den Saboteur. Ja, wird gemacht. Ja komm, ich suche den Saboteur mal nur mit ihr, weil sonst ist es ja irgendwie... Ich will ja meine Armee jetzt auch nicht so ver-ver-ver-buddeln. Aber erstmal... Ich weiß gar nicht, ob ich eben gespeichert habe. Ich speicher erst mal ab. Genau mein Typ. Okay. Kinderspiel. Positiv. Bonus-Ziel erreicht. Ich verstehe. Gut, ich hab ihn gefunden. Bonus-Ziel. Besetzen Sie den GDI-Gefechtsstand. Okay. Äh, der ist... Ich kann helfen. Was jetzt? Feindliche Einheiten in Sicht. So, dann gebe ich... Dann tue ich den immer erstmal in ein Gebäude rein, damit... Rücke vor! ...der nicht so schnell... Moment, speichern. Damit der nicht so schnell stirbt. Weil... Der scheint ja wichtig zu sein. Ganz viele Knallknöpfe von und... Ja, allerdings... Ich bin mir grad unsicher, ob ich die... Anderen Einheiten benutzen darf oder ob... Ich hab nicht drückgekommen, ob ich nicht Bonus-Ziel habe, dass sie sie benutzen haben. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Warum muss der denn alles sagen, Mr. Nervi 4? Ja, renn mal weg. So. Warte mal, Bonus-Ziel. Sind das irgendwie, dass ich nur das Kommando benutzen darf? Nö, gut. Okay, also kann ich meine anderen Einheiten auch benutzen, gell? Was hab ich denn hier? Sind das alles so diese... Ne, dafür muss ich mir erst durchschlagen. Das bringt ja sonst nichts. Bin allzeit bereit. Freut mich, sie kennenzulernen. Rücke vor. Ich erledige das. Ich verstehe. Oh mein Gott, die Grenadiere dürfen auf keinen Umständen den Saboteur erreichen, weil da ist ja mein Saboteur drin. Das ist ja richtig kacke. Hier ist meine Karte. Ich verstehe. Das machen wir jetzt hier. Warte mal, das machen wir noch. Na, wir haben ein Problem. Dann machen wir das jetzt. Wie gesagt, ich mach dir das schon ganz in Ruhe. Lass es dir schmecken. Ja. Oh, die haben ja auch guten Hunger, Wadley. Och ja, sollen sie doch spammen. Ist nicht so schlimm. Ist mir egal. Sollen sie machen, wenn sie lustig sind. Ich gebe zu, ich bin zwar eigentlich auf deren Seite, aber, ja gut. Wenn sie unbedingt wollen. So. Das nächste Gebäude, was du in die Luft sprengst, ist dann das hier. Einheit befördert. Was? Welche Einheit befördert? Ich hab die Rolls gemacht. Ach so, die hier. Auch gut. Werdet ihr mal befördert. Das ist auch immer eine gute Sache. Ja, dann räumen wir jetzt mal langsam die, langsam aber sicher, wirklich ganz langsam die Stadt von den Truppen hier, weil... Der Ingenieur muss da ja irgendwie durch, ne? Ihr geht jetzt nicht da rein. Mit explosiven Grüßen. Warum seid ihr nur da reingegangen? Persönliche Zustellung. Okay. So, gehen wir zurück. Und gepost. Warum greift ihr das Gebäude an? Da ist ein Ingenieur drin, der hat euch nichts getan. Hallo. Der gefällt mir. Echt mal. Der arme Ingenieur hat nichts gemacht. Ich verstehe. Kinderspiel. Einheit befördert. Darauf habe ich gewartet. Mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Und wenn sich die Leute weg sind. Ich verstehe. Ich hab dich abgespeichert. Ich hab dich abgespeichert. Lauf, 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 lauf. Rein, lauf. Okay. Das war knapp. Ja, das hab ich in der ersten Mission auch gemacht. Einfach mal so gesagt. So, yo. Nein, ihr lauft jetzt erstmal in euren Tod. Natürlich bin ich bereit. Das ist die richtige Einstellung. Nö, das hab ich eben auch schon gemacht. Einmal so. Einmal alle in den Tod laufen lassen. Einheit befördert. Positiv. So. Jetzt warte ich wieder. Oh, ja gut. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das da auch schon gemacht hab. Ich weiß es nicht. Aber irgendwo hab ich auf jeden Fall auch einfach mal so ne Riesenarmee gehabt. Und einfach so gesagt so. Ja, ab in den Tod mit euch. Ihr stellt euch jetzt einfach mal dahin. Und macht nix. So. Ich würd sagen, das hat funktioniert. Dann auch mal wieder mega knapp. Aber es hat funktioniert. Einheit befördert. Wer auch immer hier oben immer befördert wird. Ich arbeite allein. Ja genau. Du arbeitest allein. Und deswegen benutze ich die anderen auch nicht. Gleich kommt hier ne neue Kaserne. Und ich krieg die Krise. Ich bin am überlegen. Ich denke mal Kraftwerke kaputt machen ist sinnvoll. Weil dann die Verteidigung von denen vielleicht versagt. Wenn sie welche haben. Äh. Die Verteidigungsgebäude. Weil ich dann vielleicht genug Strom abdrehe. Also macht die auf jeden Fall auch kaputt. Ja, das stimmt halt schon. Ein loses Mundwerk haben die. Das ist wohl wahr. Feindliche Einheiten in Sicht. Mit explodierten Grüßen. Mit explodierten Grüßen. Hier ist meine Karte. Halt. 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 Zurück. Zurück. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Okay. War hier nicht irgendwo so eine Gesundheitsbox in der Nähe. Da muss ich nicht so lange warten. Ich verstehe. Halt. Rück hervor. Da kommen Grenadiere. Ich verstehe. Jetzt kannst du dir. Nein, hol sie dir nicht. Ich hole. Ja, ich habe ihn gerade evakuiert als Sicherheitsmaßnahme. Weil sobald so eine Granate ja das Gebäude erreicht, sterben ja alle Einheiten da drin. Und ich brauche den Ingenieur ja ganz offensichtlich noch. Dann heilt sie sich halt langsam und dann dauert das halt einfach alles lange. Ich verstehe. Feindliche Einheit in Sicht. Feindliche Einheit in Sicht. Einheit wird angedacht. Sehr gefällt mir. Positiv. Mit explodierten Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Gut, die Scharfschütze sind damit weg. Hoppala. So, jetzt machen wir die hier kaputt. Und jetzt sprechen wir ab. Wir haben einiges erreicht. Fortschritt. Progress. Also. Rücke vor. Ich verstehe. Vertrauen sie mir. Wie sie meinen. Ja, so irgendwie muss ich das ja, ne? Ich habe ja nicht so die Wahl. Dir nicht zu vertrauen. Ich warte. Ist er der nächste? Nein, nein, nein. Ähm. Okay, das dauert jetzt, bis ich da durchkomme. Das Problem ist, ich würde ja meine anderen Einheiten dafür einsetzen, aber das ist ja hier Flugabwehr, das ist blöd. Ich höre. Ich höre. Bitte noch da. Was ist das hier? Aber das sind überall nur Medikamenten gesungen. Das liegt bestimmt noch nicht daran, dass es klappt, oder? Nein. Das liegt bestimmt noch nicht daran, dass es klappt, oder? Ich lasse die Knallköpfe mal Knallköpfe sein. Das passt schon. Nichts. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Was ist die? Genau mein Typ. Das freut mich, wenn das genauer Typ ist. Obwohl, vielleicht dauert mir das doch zu lange. Was gibt's? Bin gleich dort. Wer ist der Nächste? Einhalter, du. Das wird ein Spaß. Einhalter, du. Duptidu. Boah. Jetzt machen wir denen mehr Schaden. Irgendwas gesehen? Was sehe ich Ihre Schwäche? Kein will es so. Wir sind auserwählt. Einhalter, du. Kein will es so. Jetzt. Wir werden uns vergessen bleiben. Für die Bruderschaft. Für Kein. Unsere Zeit ist gekommen. Nein. Oh. 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 Ich bin allzeit bereit. Okay. Schießen Sie los. Koordinaten erfassen. Stealth 1,1 der Orte. Kann ich irgendwie helfen? Einheim verloben. Ich kenne den Weg. Ich weiß, was Sie meinen. Ist nicht passiert. Ja, aber warum denn die Gebäude nicht kaputt machen? Kann ich doch machen. Ja, zumindest nicht die Gebäude. Nur die Gebäude da hinten dürft ihr nicht. Alles andere dürft ihr. Macht doch das, was ich euch sage. So, und das hier dürfen wir. Und die. Ich muss jetzt mit euch zurückziehen. Die Bruderschaft hat gesprochen. Lassen Sie sich Zeit. Einheimnis wird angegriffen. Einheit verloben. Ja, brauche ich nicht. Ich verstehe. Dafür habe ich dann ja meine Flugzeuge noch. Arbeiten wir zusammen. Oh, sehr gut. Ich warte. Ja, gut, okay, drei Panzer sind hier noch, aber... Die würde ich jetzt nicht weiterführen, wenn ich die aufheine. Okay, das wäre auch schon mal gewesen. Ich muss doch rein theoretisch jetzt nur das Gebäude kaputt machen, gell. Einheit wird angegriffen. So, auf Gott will, ist egal, was passiert, gell. Wenn ich mir nur das Gebäude kaputt machen möchte, oder? Prost. Was soll ich machen? Ich erledige das. Mit explosiven Grüßen. Einsatzt ziehen. Okay. Einheit wird angegriffen. Rück hervor. Der kann ja auch was so machen. Der brauche ich ja keine Panzer. Darf die GDI leben? Hat doch auch was. BB Lucy. Ich hoffe, es hat geschmögert. Ich glaube, wir sind gerade fertig hier. Mit dieser Mission. Will weiß, wir kennen uns sowohl fähig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.